Ah, pfff. Drück den obersten Schraufschock. Der Liftwerk mit Peppar Schock ist am obersten Stockwerk. Das ist das Buch von Papa Wunz. Hallo, Papa Wunz. Hallo, Papa Wunz. Herr Professor und Frau Wunz, Sie sind Kollegen von Papa Wunz. Heute habe ich zwei ganz besondere Besucher mitgebracht. Wrennen und Schrauben. Sie sind sehr geehrt. Jetzt beginnt die Führung. Herr Löffel, können Sie an Ihren Platz beginnen? Mit den größten Führungen. Meine Arbeit dreht sich hauptsächlich um Zahlen. Ich nehme überaus wichtige Schöne Stücke. Ich nehme den entsprechenden Stempel. Und Stempel sind damit. Boah. Was für einen tollen Oferlöffel hat. Darf ich auch einmal Stempel? Na klar. Ich hol dir schnell Papier. Hier ist doch Papier. Hier ist doch Papier. Vielleicht nehmt ihr lieber geplast ihres Papier. Hier geht es sehr. Emma steppelt gerne Papier. Herr Kappenschwitz. So. Tja. Wauw, pass! Wauw! Weiter geht's mit der Dynku. Nächste Station der Platz von Frau Wietze. Ja. Hallo meine Mannschaft. Hallo! Meine Aufgabe ist das Muster in den Computer einschalten. Oooo! Und dann, wo möchte ich das Muster aus? Ja, da brauche ich mich. Ich finde hier auch noch blau. Ich mag Ihre Arbeit, Frau Wiese. Oh, wollen Sie jetzt meinen Platz anschauen? Ja, bitte. Das ist der Schreibtisch von Appafanz. Meine Arbeit ist bildlich. Ich berechne das Kleid zu ihr einsam mit dem Land und damit wir denken müssen, gemeinsam zu sein. Die Arbeit von Appafanz scheint sehr wichtig zu sein. Hast du denn dafür auch Stempel? Nein. Ich bin dir. Ich bin dir. Juice. Agesetzte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017